Hallo liebe Leser, was für eine Formulierung für einen Mann, der normalerweise bei den elektronischen Medien arbeitet. Entscheidend ist auf dem Platz und ich sag Ihnen, das ist es auch. Denn hier geht es um mein kleines Kommentatorenkino. Es geht um alle meine Kolleginnen und Kollegen, nein nicht um alle, aber um einige, die ich ein bisschen beschreibe, die ich ein bisschen charakterisiere, die ich ein ganz klein wenig auch durch den Kakao ziehe an der einen oder anderen Stelle. Aber bitte, das darf jeder auch mit mir machen, also das ist ganz wichtig. Ja, und dann erfährt man in diesem Buch, wie wird man denn eigentlich Sportreporter? Und es gibt einen ultimativen Test, um herauszufinden, ja, ich kann es auch, respektive nein, ich kann es nicht. Aber will ja auch nicht jeder Gott sei Dank Sportreporter werden. Und dann haben wir in diesem Buch ein Quiz eingebaut, zu jeder Fußball-Weltmeisterschaft eine Frage. Und dann kann man das beantworten und dann kann man einen Trikotsatz von Hummel gewinnen im Internet. Eine Frage will ich schon mal verraten. Was war das Besondere an der Fußball-Weltmeisterschaft 1950? Da gab es etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Nicht googeln, das wäre jetzt unfair. Da gab es etwas ganz Besonderes. Aber was? Die Frage steht im Buch und dann mitmachen und wie gesagt unter Umständen diesen Trikotsatz von Hummel gewinnen. Und dann wünsche ich Ihnen einfach viel Spaß beim Buch und denken Sie daran, das ist wirklich die Weisheit des Lebens. Das gilt nicht nur für das Buch. Entscheidend ist auf dem Platz. Viel Spaß mit diesem Schmöker. Viel Spaß mit diesem Schmöker.